Moin Leute und herzlich willkommen bei Nilsan1489. In diesem Video wollen wir uns einmal ein Headset anschauen, das ziemlich viele Streamer benutzen, wenn sie auf ihrer Playstation zocken und über den PC streamen. Und zwar rede ich von dem Astro A50. Dieses nette Gerät. Das Ganze wollen wir uns einmal gemeinsam anschauen. Ich werde euch zeigen, wie ihr genau das Astro A50 mit eurer Konsole und eurem PC verbindet, sodass ihr auf der Konsole den Gamesound, den Partysound hört und mit dem Mikrofon des A50 sprechen könnt. Außerdem Gamesound und Partysound an eurem PC weitergesendet wird. Und ich möchte euch auch zeigen, wie ihr den Sound des PCs hören könnt. Sprich, wenn dort Alerts oder Musik laufen, dass ihr das Ganze auch darauf hört. Wie das alles zu verkabeln ist, was ihr braucht und wie man das Ganze dann am PC und der Playstation einstellt, nach dem Intro. Seid ihr aktuell auf der Suche nach atemberaubenden animierten Overlays und Designs für euren Stream- oder YouTube-Kanal? Dann solltet ihr euch unbedingt mal OwnTV anschauen. Hier bekommt ihr neben kompletten Overlay-Paketen auch Emotes, Logos und vieles mehr. Auf den Produktseiten findet ihr neben ausführlichen Informationen auch Beispiele zu den einzelnen Anwendungsmöglichkeiten. Und vergesst beim Checkout nicht den Code Nielson1489, denn damit staubt ihr 40% Rabatt ab. Das Astro A50 ist wirklich ein sehr schönes Headset, doch wenn es dann um die Möglichkeit geht, das Audio von Spiel- und Partychat nicht nur selbst zu hören, sondern auch an einen PC oder eine Capture-Card zu übertragen, um dies in Aufnahmen oder einem Stream zu hören, kommen viele an ihre Grenzen. Das muss jedoch nicht so sein. Ein paar Kabel, die richtigen Einstellungen und schon lüppt das. Fangen wir am besten einmal von Anfang an an. Zunächst schließen wir die Basisstation der Astro A50 an der PS4 an. Dafür das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an die Basisstation und das andere Ende ganz einfach an die PS4. Ob an den vorderen USB-Anschlüssen oder dem hinteren bei der PS4 Pro ist dabei egal. Als nächstes muss das optische Kabel, welches der Basisstation beiliegt, hinten an die PS4 gesteckt werden. Und das andere Ende kommt dann an die Astro-Basisstation an den Opt-In-Anschluss. Damit wäre die grundlegende Verkabelung des A50 bereits abgeschlossen. Für den nächsten Schritt wollen wir neben Game- und Party-Audio auch das Audio von unserem PC hören. Dafür nehmen wir ein 3,5-Klinke AUX-Kabel und stecken es hinten in den PC in den hellgrünen Lautsprecherausgang. Das andere Ende des AUX-Kabels stecken wir dann in einen Entstörfilter und dann nur noch den Anschluss des Entstörfilters in den AUX-Eingang der Astro-Basisstation. Fertig! Als letztes nehmen wir uns die Übertragung von Game- und Party-Audio an unsere Elgato bzw. unseren PC vor. Dafür wird zunächst ein optisches Kabel an den Opt-Out-Anschluss der Astro-Basisstation angeschlossen. Das andere Ende des Kabels kommt in einen Digital-zu-Analog-Konverter. Achtet bitte darauf, dass ihr das mitgelieferte Stromkabel des Konverters auch anschließt, da das Gerät sonst nicht richtig arbeiten kann. Nun brauchen wir nur noch zwei Chin-Stecker an den Digital-zu-Analog-Konverter anzuschließen und das andere Ende dieses Kabels an den 3,5-Klinke-Anschluss der Elgato. Solltet ihr keinen Anschluss an der Elgato haben, könnt ihr den 3,5-Klinke-Stecker auch einfach am Mainboard in den Line-Import. Meistens hellblau stecken. Das war es an sich schon mit der Verkabelung. Wir müssen nun nur noch auf der PS4 und dem PC ein paar Einstellungen tätigen und schon sind wir fertig. Die Einstellungen auf der PS4 sind relativ simpel. Als allererstes wechselt ihr einfach in die Einstellungen. Dort geht ihr dann ein wenig runter. Und zwar gehen wir zu Sound und Bildschirm. Bei Sound und Bildschirm wechselt ihr dann auf die Audio-Ausgabe-Einstellungen. Und bei den Audio-Ausgabe-Einstellungen müssen wir den primären Ausgabe-Port auf Digital-Out-Optical stellen. Das ist das optische Kabel, was hinten aus der PS4 rausgeht. Ihr lasst einfach alles, wie es ist und dann auf OK. Als nächstes stellen wir noch das Audio-Format ein. Und da müsst ihr darauf achten, dass ihr das Ganze auf lineare PCM stellt. Ihr habt hier zwar Bitstream Dolby und Bitstream DTS. Das kann aber von dem Digital-zu-Analog-Converter nicht verarbeitet werden. Daher müsst ihr lineare PCM nehmen. Wir können dann zurückgehen. Und nochmal zurück. Und dann gehen wir ein bisschen weiter hoch auf Geräte. In dem Untermenü dann auf Audio-Geräte. Und bei Audio-Geräte müsst ihr nun schauen, dass Eingabegerät und Ausgabegerät auf USB-Headset Astro A50 gestellt ist. Außerdem stellt ihr die Ausgabe über Kopfhörer auf Chat-Audio. Was nun passiert ist, dass nur Game-Audio an die Elgato bzw. unseren PC gesendet wird. Euren Chat kann man nun nicht mehr hören im Stream. Solltet ihr euren Chat auch in den Stream übertragen wollen, müsst ihr das Ausgabegerät ändern. Dafür einfach auf Ausgabegerät und hier wählt ihr dann TV- oder AV-Verstärker. Wenn ihr das macht, dann gehen Chat-Audio und Game-Audio über das optische Kabel in die Basisstation. Das heißt, es hört sich dann definitiv für euch anders an. Aber es gelangt dann auch beides in den Stream. Das heißt, ihr könnt hier nun einstellen, wollt ihr beides in dem Stream haben, dann TV- oder AV-Verstärker. Wollt ihr nur Game-Audio übertragen, dann wieder auf USB-Headset und Ausgabe über Kopfhörer, Chat-Audio. Und das war es an sich eigentlich auch schon, was ihr auf der PS4 einstellen müsst. Um das Audio der Astro A50 nun auf eurer Elgato zu bekommen, beziehungsweise auch in OBS-Studio und Streamlabs OBS zu bekommen, müsst ihr eigentlich nur noch eine Kleinigkeit machen. Solltet ihr das AUX-Kabel, welches aus dem Digital-zu-Analog-Converter kommt, in die Elgato gesteckt haben, also dort in den Klinkenport wie im Video gezeigt, dann geht ihr einfach in OBS oder Streamlabs OBS, macht Rechtsklick auf die Elgato-Quelle, Eigenschaften und in dem neuen Fenster dann auf den Button Video konfigurieren. Es öffnet sich dann ein Pop-Up-Fenster und in diesem Pop-Up-Fenster habt ihr die Möglichkeit, den Audio-Input einzustellen. Soll das Ganze per HDMI kommen oder per Analog-Audio? Da ihr nun ja analog das Audio in die Elgato übertragt, müsst ihr hier Analog-Audio auswählen, dann auf Übernehmen klicken und auf OK. Ihr könnt das Fenster dann wieder schließen und solltet nun in dem Mixer zu eurer Elgato auch das Audio sehen, welches auf der PS4 ausgegeben wird, also Game-Audio und Party-Audio. Solltet ihr das Ganze nicht in die Elgato gesteckt haben, weil ihr zum Beispiel auch eine Elgato benutzt, die keinen Klinkeneingang hat, dann könnt ihr das Ganze ja über den Line-In an eurem PC einführen und dann müsstet ihr hier was anderes einstellen. Dafür würdet ihr dann auf Einstellungen gehen und dort dann auf Audio. Bei Audio würdet ihr dann zum Beispiel bei Mikrofon AUX Audio, habt ihr euer Mikrofon angeschlossen, bei Mikrofon AUX Audio 2 einfach das Audio der A50 einbinden. Das wäre dann Eingang Realtag. Solltet ihr also Eingang Realtag hier finden und angeschlossen haben, wählt ihr einfach als zweites Gerät Eingang Realtag aus und schon habt ihr das Audio, welches von dem Digital-zu-Analog-Converter per AUX-Kabel in den Line-In eures Mainboards geht, auch mit in OBS. Nun haben wir zwar eingestellt, dass das Audio der Basisstation an den PC weitergegeben wird, beziehungsweise die Elgato und wir es somit auch in den Stream bekommen. Was wir aber noch nicht gemacht haben, ist, dass das Audio unseres PCs generell auf der Basisstation ausgegeben wird. Also, dass wir Musik oder Alerts oder, oder, oder. Also jegliches Audio, was auf eurem PC wiedergegeben wird, auch auf euren Kopfhörern zu hören ist. Und dafür müssen wir eigentlich nur eine Kleinigkeit tun. Verkabelt haben wir ja schon alles. Wir gehen einmal in die Sound-Einstellungen unten rechts. Rechtsklick, Sound-Einstellungen öffnen. Und da achtet ihr darauf, dass als Standard-Ausgabegerät nun Realtag-Lautsprecher, also eure Lautsprecher-Ausgabe am Mainboard ausgewählt ist. Dann geht das Ganze auch über das angeschlossene Auskabel raus und kommt dann in die Basisstation, sodass ihr das dann auf euren Ohren hört. Ja, und so einfach ist das Ganze dann. Man muss gar nicht viel rum experimentieren. Ein paar Kabel, Adapter, richtige Einstellungen und schwuppliwupp habt ihr entweder Game-Audio oder Game-Audio und Party-Audio gemeinsam auf der Elgato, beziehungsweise auch im PC und könnt es mit in den Livestream oder in Aufnahmen übertragen. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen und hat euch gefallen. Wenn ja, dann lassen wir doch auf jeden Fall einen Daumen hoch da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao!